So Leute, was geht ab? Mein Name ist Kilian, mit Robby wieder zusammen. Ja. Letztes Mal Mike und jetzt Roblox. Und ja, wir machen jetzt heute ein ganz einfaches Hobby. Wir dürfen nicht, wir gucken, wer am wenigsten stirbt und wer am schneller an den Zielen ankommt. Nein! Ich habe euch gerade nicht beachtet, weil ich hätte nach hinten geguckt. Ich bin auch einmal runtergefallen. Ja, einmal bin ich auch runtergefallen. Und auf jeden Fall, wenn euch die Roblox-Videos, wie gesagt, immer mir gefällt, lasst ein Abo da und ein Like da. Und ja, gebt kein Geld für Robux aus. Ihr kennt für den Skin, wie ich bin der Kilian. Mbappé ist ja mein Lieblingsspieler, deswegen habe ich ihn ja auch geholt. Aber gebt nicht Geld für Robux aus. Das ist eigentlich unnötig, aber ich habe mir den nur geholt, weil ich mein Lieblingsspieler bin. Und ja, schreibe in die Kommentare, also liked, wenn Messi der Goat ist und abonniert, wenn Ronaldo der Goat ist. Beide sind eigentlich die Goat. Ja, für mich sind beide. Für mich auch. Immer ich gucke YouTube-Shot und da sehe ich Messi und Ronaldo sind die Goats. Ja. Ich bin gerade bei EEM-Dings-Kollegen, also mein Freund, der Jünger, also der Bruder und ja. Nein, ich bin zweimal gestorben schon. Ich auch. Nein, ich bin dreimal. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, jetzt. Ich bin viermal, Leute. Hier, das Eingrad, das war alles nur Spaß. Viermal. Komm, ich habe keinen Bock mehr, ja. Wie kann ich so dumm sein, wenn ich das alles vergessen werde? Aber das Ding ist, man sieht da noch. Leute, ich habe es geschafft. Okay, wie, viermal bist du gestorben schon? Vier. Egal, lass ohne sterben. Mach einfach, wer schneller ankommt. Am Ziel. So. So. Leute, das ist ja ein einfaches Hobby. Wie kann ich dir so schlecht sein? Also, Leute, ich bin auch bei einfaches Hobby schlecht. Ne, Albert. Ja. Also, viele nennen mich Albert, aber ich heiße eigentlich Kilian, weil Albert ist mein zweitnamen und so die zweitnamen, das mögen die so. Und deswegen. Aber ich weiß auch gut deinen Nachnamen. Ja. Okay. Ich glaube, ich nehme die Mitte. Falls es lebt, sorry, es tut mir leid. Falls es lebt, wir arbeiten noch daran, dass es nicht mehr lebt. Okay, ich mache dieses Tycoon-Sende und dann sehen wir es gleich. Jo, okay, wir sind wieder da. Nach langer Zeit haben wir Robby wieder überhüllt. Und ja, heute wird ein längeres Video nicht wundern. Und ja, also wir haben ja gerade 23 von 50. Ich mache die Levels, weil ich gucke mal, wo Robby ist. Ja, er ist da hinten. Und ja, wir holen das Ding. Er ist sowieso ein bisschen schlecht. Also, ich bin eh besser. Deswegen. Guck, ich bin noch kein Mal gestorben. Seitdem, seitdem ich einen Katz gemacht habe. Ich bin ja gar nicht mal. Ich bin nicht mal gestorben. Ich bin nicht mal einmal gestorben. Okay, er ist ganz in der Nähe. Wir werden ihn jetzt easy überholen. Was ist das? Egal. Wir überholen das jetzt. Let's go. Okay, ich habe ihn gerade gesehen. Er ist ganz in der Nähe von mir. Leute, ich bin hinter ihm. Aber nicht wundern, heute wird es so ein 10-Minuten-Video. Das heißt, aber die nächsten Tage werden noch weniger, also, wenn kürzere Videos kommen. Nicht wundern. Aber wenn ihr auf FIFA wollt, dann könnt ihr auch liken. Ich habe dich was überholt, ne? Weil ich habe gesehen, dass FIFA besser angekommen ist als Minecraft, also, wenn ihr wieder FIFA-Mobile wollt, aber jetzt ist ja FC-Mobile, aber wenn ihr FIFA-Mobile wollt, dann, ja, lasst ein Abo da und ein Like da. Abonniert, wenn... Nein. Abonniert, wenn der Ronaldo der Gurt ist und liked, wenn Messi... Ich glaube, das ist schon ziemlich. Ich weiß. Oh mein Gott, okay. Er ist so in der Nähe, hat mich wiederholt. Nein, das geht. Das kann nicht sein. Egal, da ist er schlecht. Ich bin schlecht einfach. Nach langer Zeit bin ich gestorben. Und jetzt hat er mich nachher auch hilft. Ey! Ja, er ist auch gestorben. Wichtig. Wichtig. Wichtig kann er hier... Ey, Leute! Okay. Das ist eigentlich einfach, das ist das Obby. Wenn ihr wollt, dass wir nächstes Mal ein schweres Obby spielen, dann lasst mir auch ein Like da. Mal ein Abo da. Oder schreibt mir die in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Also, mir geht's gut. Jetzt habe ich ihn wieder überholt. Ich wusste doch. Ich wollte eben gerade cutten, dass er das... Weil, wenn er mich überholt ist, ist so peinlich. Er ist eigentlich los. Also, ich will machen noch ein paar Levels und dann sehen wir uns gleich. Leute, wie ihr seht, er ist eben gerade weiter als mich geworden. Deswegen glaube ich nicht mal gecut. Ich bin wieder gestorben. Jetzt sterbe ich die ganze Zeit hier. Leute! Hey, die Leute haben nichts damit zu tun. Du bist einfach nur schlecht. Ja, ja. Mein Läser. Okay. Heu süße. Okay, okay, okay. Guck mal einfach hin. Ich muss nur rüber laufen. Ich bin, glaube ich, jetzt zwei Level weiter als Wabi. Aber, ja, ist ja besser, ne? Ich mache jetzt ein paar Clubseite. Aber das braucht man ehrlich nicht. Und, ja, ich habe eh gleich gewonnen. Das heißt, ich halte euch noch ein bisschen dran. Ah, du bist da vorne. Gucke ich. Ja, ne? Wenn ich gewonnen habe, können wir schön feiern. Okay, ich gehe jetzt da hin. Und dann sehen wir uns so. So, Leute. Was geht ab? Mein Name ist Kilian. Mit Wabi wieder zusammen. Ja. Letztes Mal Minecraft jetzt Roblox. Und, ja, wir machen jetzt heute ein ganz einfaches Hobby. Wir dürfen nicht. Wir gucken, wer am wenigsten stirbt. Und wer am schneller an den Zielen ankommt. Nein. Ich habe euch gerade nicht beachtet. Weil ich hätte nach hinten geguckt. Ich bin auch einmal runtergefallen. Ja. Einmal bin ich auch runtergefallen. Und auf jeden Fall. Gebt kein, ähm, wenn, also, wenn euch die Roblox-Videos, wie gesagt, immer gefällt, lasst ein Abo da. Und ein Like da. Und, ja, gibt kein, gibt kein Geld für Roblox aus. Ihr kennt für den Skin, wie, ich bin der Kilian. Mbappé ist ja mein Lieblingsspieler. Deswegen habe ich ihn ja auch geholt. Aber gibt nicht Geld für Roblox aus. Das ist eigentlich unnötig. Aber ich habe mir den nur geholt, weil ich mein Lieblingsspieler ist. Und, ja, schreibe in die Kommentare. Also, liked, wenn Messi der Goat ist. Und abonniert, wenn Ronaldo der Goat ist. Beide sind eigentlich die Goat. Ja. Für mich sind beide. Für mich auch. Immer ich gucke YouTube-Shot. Und da sehe ich Messi und Ronaldo sind die Goats. Ja. Ich bin gerade der Ehe-Ernungs-Kollegen. Also, mein Freund. Von meinem Freund, der Jünger, also, der Bruder. Und, ja. Nein, ich bin zweimal gestorben schon. Ich auch. Nein, ich bin dreimal. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, jetzt. Ich bin viermal, Leute. Das war alles nur Spaß. Viermal. Komm, ich habe keinen Bock mehr, ja. Wie kann ich so dumm sein und das alles vergessen? Aber das Ding ist, man sieht dann noch. Leute, ich habe es geschafft. Okay, wie? Viermal bist du gestorben schon? Vier. Egal, lass ohne sterben. Mach einfach, wer schneller ankommt. Am Ziel. So. So. Leute, das ist ja ein einfaches Hobby. Wie kann ich dir so schlecht sein? Also, Leute, ich bin auch bei einfaches Hobby schlecht. Nein, Albert. Ja. Also, viele nennen mich Albert, aber ich heiße eigentlich Kilian. Weil Albert ist mein zweitnamen. Und so die zweitnamen, das mögen die so. Und deswegen. Aber ich weiß auch gut. Na, na. Ja. Ich glaube, ich nehme die Mitte. Falls es lebt, sorry, es tut mir leid. Falls es lebt, wir arbeiten noch daran, dass es nicht mehr leiden wird. Okay, ich mache dieses Tycoon-Sender und dann sehen wir es gleich. Jo, okay. Wir sind wieder da. Nach langer Zeit haben wir Robbie wieder überhüllt. Und ja, heute wird ein längeres Video nicht wundern. Und ja, also wir haben ja gerade 23 von 50. Ich mache gerade die Levels, weil ich gucke mal, wo Robbie ist. Ja, der ist da hinten. Und ja, wir holen das Ding. Er ist sowieso ein bisschen schlecht. Also, ich bin eh besser. Deswegen. Guck, ich bin noch keinmal gestorben. Seitdem, seitdem ich einen gerade gemacht habe. Ich bin gar nicht mal gestorben. Ich bin nicht mal einmal gestorben. Okay, er ist ganz in der Nähe. Wir werden ihn jetzt easy überholen. Was ist das? Egal. Wie überholen wir das jetzt? Let's go. Okay, ich habe ihn gerade gesehen. Er ist ganz in der Nähe von mir. Leute, ich bin hinter ihm. Aber nicht wundern, heute wird es so ein 10 Minuten Video. Das heißt, aber die nächsten Tage werden auch weniger, also kürzere Videos kommen. Nicht wundern. Aber wenn ihr auf FIFA wollt, dann könnt ihr auch liken. Ich habe dich was überholt, ne? Weil ich habe gesehen, dass FIFA besser angekommen ist als Mike Rift. Also, wenn ihr wieder FIFA Mobile wollt. Aber jetzt ist ja FC Mobile. Aber wenn ihr FIFA Mobile wollt, dann, ja, lass ein Abo da und ein Like da. Abonniert, wenn... Nein. Abonniert, wenn der Ronaldo der Gurt ist. Und liked, wenn Messi... Ich weiß. Oh mein Gott. Okay. Er ist so in der Nähe, hat mich wiederholt. Nein, das geht. Das kann nicht sein. Egal, da ist er schlecht. Ich bin schlecht einfach. Nach langer Zeit bin ich gestorben. Und jetzt hat er mich noch überholt. Ey. Ja, er ist auch gestorben. Wichtig. Wichtig. Wichtig kann er hier. Ey, Leute. Okay. Das war eigentlich einfach. Das ist auch wie... Wenn ihr wollt, dass wir nächstes Mal ein schweres Oby spielen, lass mir auch ein Like. Mein Abo da. Oder schreibt mir die in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Also, mir geht's gut. Jetzt hab ich ihn wieder überholt. Ich wusste doch. Ich wollte eben grad cutten. Dass er... Das... Weil... Wenn er mich überholt, ist so peinlich. Wer ist eigentlich los? Das sehen. Also, ich will machen noch paar... Ich will irgendwie noch paar Levels. Und dann sehen wir uns... Gleich. Leute, wie ihr seht... Er ist eben grad weiter als mich geworden. Deswegen glaube ich... Nicht mal gecutt. Ich bin wieder gestorben. Jetzt sterbe ich die ganze Zeit hier. Leute! Ja! Hey, die Leute haben nichts damit zu tun. Du bist einfach nur schlecht. Ja! Ja! Nein, nein! Okay. Häuser. Okay, okay, okay. Guck mal, einfach eigentlich los. Nur rüber laufen. Ich bin, glaube ich, jetzt zwei Level weiter als Oby. Aber... Ja, ist ja besser, ne? Ich mache jetzt in den Kalkupseite. Aber das braucht... Ehrlich nicht. Und... Ja, ich hab eh gleich gewonnen. Das heißt, ich halte euch noch ein bisschen dran. Ah, du bist da vorne! Guck ich. Ja, ne? Wenn ich gewonnen hab, kann ich mich schön feiern. Okay, ich geh jetzt da hin. Und dann... Zwei. Zwei. Outro